Das ist geschehen YouTube, herzlich willkommen. Heute spielen wir Janus in der Midlane. Ich bin ganz alleine unterwegs dieses Mal und guck mal so, was heute so abgeht. Wir spielen auf jeden Fall Janus. Wir haben natürlich auch Janus in der Mitte als Gegner. Toll. Yay, yay. Mirror Match ist okay. Ich habe einen neuen Sitz bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das alles so hier so mit Sitzen und so, ne? Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. So, nun weiß ich jetzt nicht, ob ich mit einem Potion anfange oder aber aufs Sicher gehe und erstmal Boots 1 hole. Ja, ich fang, ich fang so an, dass ich mir das erstmal hole. Gib dann 40 und dann nehme ich mir mal eine Health Potion. Can't stop, won't stop. Okay. You the man. Yes. Sorry. Uh, school. Du, 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 du. So, und wir gucken mal, heute haben wir ja Supreme Leader im Team. Das ist nicht so gut. Geht schon. Hab ein bisschen Schaden gekriegt, aber das schon. So, um jetzt die Wave zu treffen, sicher, mach ich einfach so. Nimm einfach den äußeren Rand. Ah, das ist zu bad. Musik ist love. Musik ist life. Oh mein Gott. Da kann ich leider nichts mehr machen. Muss ich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich sitze hier auf so einem... So, wenn ich ihn jetzt in so einem Portal kriegen sollte, dann... Er ist jetzt wieder full life. Eiwelle... Kucse sie alle, keine Fehler. My bad. yapıl? Bad. 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 Die Wierat. Bad. Bad. na 비�be. Ich rede immer ein bisschen wenig, wenn ich alleine spiele, aber... Ups. Da habe ich gar nicht hingeguckt. Das war schön. Ich habe jetzt einfach gewartet, bis der Damage von der Ulti kommt. Und dann habe ich geultet, damit sie... Sie ist auch das. Das ist ein richtig guter Support, kann man sehen. Sie hat das halt so gemacht, sie hat das halt so gemacht, dass die... Sie hat ihre 3 nicht benutzt, weil sie den Damage einfach richtig kalkuliert hat und hat dann... Und dadurch konnte ich dann halt meine Ulti machen. 77 Leute, das steht jetzt auf welche Zeit, oder was? Alter, da steht jetzt... Das wurde neu reingemacht, das Remaining. Ich will jetzt halt nur noch die Dings klären, be right back. Janus war noch gar nicht in der... Also, ich spiele Janus... Ich spiele auf Janus, das macht nicht jeder, aber ich spiele Janus zum Beispiel auf komplett Cooldown. Enemy Missing Middle? Kennt ihr das? Ah, Ward the day keeps the Popo away. Ah, Ward the day keeps the Popo away. Ich will natürlich was von den EP mit abhaben. Deswegen... Ich bin bereit. Ich bin bereit. mein Angelei hat fallen. Ein Alli hat sich geslbt. Na, die gehen weg, dafür kriegen wir vielleicht sogar den Tower. Jetzt geht es meiner Ulti nicht als nächstes. Okay, sie geht nicht wieder rein. Uh, sie hat gebeatzt. Nice, good job. Und jetzt gehen wir als nächstes, gehen wir dann erstmal auf Kronos Pendant. Und wir holen gleich Active, übertreiben gleich und holen uns Beat 2. Ist immer am besten gleich Beat 2 zu kaufen. Ja, dann, weil bei dem Team mit Avelix und mit Kebri, mit dem Grab und mit Janus, der Dings, das ist dann schon ein bisschen eklig. Okay. 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 So, ich versuch ihn jetzt. Ja, was bringt dir das? Der Chuck hat doch eh keinen Mann mehr. No. Aber das Ding ist, wenn der Chuck keinen Mann hat, was will er machen? Er kann nur blöd rumstehen. Mehr geht nicht. Oh, die Grafikbox, alter. Oh, die Grafikbox, alter. Okay. Be careful. Okay. Okay. Was machen die? Ich hab jetzt grade, ich hab jetzt grade, ich spiel halt auch jetzt. Das ist so komisch, ich muss mich halt immer voll an den Dings gewöhnen Jetzt auch, an den, ähm Ich sitze halt hier ganz anders Muss meine Tastatur anders hinlegen Und so kennt ihr das, wenn ihr Ich glaube bestimmt zwei Jahre Auf dem gleichen Stuhl saßt Saßet, sitzt Wie auch immer man das Wort ausspricht Und dann habt ihr auf einmal einen neuen Stuhl Das ist wie, als wenn ihr eine neue Maus kriegt und die erstmal einspielen müsst Das ist genau das gleiche Das ist so krass, einfach Ich hatte ja einen Stuhl, der war kaputt, der hatte keine Rückenlehne Und ich hab mir jetzt einen neuen Cocktail-Sessel geholt Ich weiß nicht, ob ihr das kennt Und deswegen sitze ich jetzt hier gerade und so Und das ist halt Alter, da war die ganze Ja Da war die ganze Familie Mit Camp ist down Uh Piss dich, er wenigstens Und das war jetzt Das war jetzt gut Die UL, die war halt perfekt Na, ich krieg den Tower Ich will die Tower down kriegen Das ist das Wichtigste So Und jetzt hab ich gleich Kronos Pendant Wenn ich Kronos Pendant hab, dann Äh So, ich mach jetzt nochmal die mit Halbe Wave hab ich gekriegt Jetzt geh ich weg und hol mir erstmal Kronos Erstmal Kronos holen Dann das holen auf jeden Fall Und dann gehen wir auf Penetration Das hab ich jetzt nur am Start geholt Das lass ich erstmal so Ich baue dann erstmal Spear So, Enemy Missing ist jetzt Äh, Enemy Missed jetzt Es misst jetzt Mittel Alter, das ist krass, ne Ich hab die Behinderung schlechthin, man Mein Deutsch ist halt richtig Fulltimer Ah, der will auf mich gehen Ich warte jetzt, dass er wenigstens hier rumkommt Was ihr nicht macht Oh, lol Der hat das echt geschafft, auch da rüber zu snipen Und DTF War jetzt meine Dummheit Die Die Oldie von Kebri, ey Zum Brechen TP ready Aber hier Wir haben da ein Ward Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen Ja, Chuck hat richtig Chuck hat alles richtig gemacht Hat mich halt komplett aus dem Kampf rausgenommen Hat mich gefokust Ich konnte dann kein Damage machen Man sieht, der Enemy Janus ist Level 10 Der baut jetzt Er baut Book of Truth Was ich, was ich zum Beispiel nicht baue Wenn ich auf Full cooldown gehe, dann tue ich das nicht So Ich mal die Weil sie so greedy ist Einfach mal raus, ne Also Ich war mit Schreif Ich bin Ich bin Die 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 Fahne Die 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 Be careful what you aim at Run, run if you can Be careful Be careful Double nice Nice job Ultimate is ready There is no escape Retreat Music makes you lose control Oh god Ich überlege ob ich rein Geh rein Oh Oh fuck Sie hat mich Nein Warum beats ich denn noch So schlecht Schön die Afina Wow Alter Afina spielt richtig gut man Die Afina ist super gut Chiron ist auch gut Am Lauf 8 1 4 2 1 2 1 2 Alles ganz gut Janus bei denen Suckt halt richtig ab Der hat 1 7 Keine Ahnung wie man so schlecht sein kann Und dann Ich glaube auch er hat sich richtig Behind gebracht mit Buck Halt aber Das ist halt Das ist halt immer sein Bier dann Jeder baut halt anders ne Sagen wir mal so Jeder baut halt anders Also ich bin Janus der auf Cooldown baut Komplett War ein gutes Spiel Danke fürs Zusehen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss